einen wunderschönen guten abend die hälfte der woche ist schon geschafft wir haben mittwoch und für euch ist die hälfte der woche geschafft bei mir dauert es einen tag länger aber ist so kalt ist hier tschuldigung ja anders ausgedrückt arbeit macht mich fertig aktuell ich hoffe ich habe genug kopf für euch noch erhaut mich falls ich irgendwie mitten im stream einschlafe was ich hoffe nicht passiert weil ihr wisst ja ich liebe vier ist dann erstmal einen einen wunderschönen guten abend an alle somit zwei zwölf mit atelier vier ist eigentlich der komplette titel von dem spiel ganz ganz langer titel auf jeden fall christ versucht gerade die höhle zu kramschen damit ich guck mal was der alchemist auf dem mysterious journey wird mit mir ins ohr gerufen wird mir was angekommen ist leider keinen liebesbrief bekommen aber ich habe meine schleife auch nicht im haar also bin ich auch nur eine halbe uzuki ist eigentlich dachte eigentlich mein rosa pulli wäre das als ich das päckchen gesehen habe als ihr so ganz 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 viele rascheln gehört habt als ich heimgekommen bin ja versteckt hat sich aber in mindestens drei dieser zoll tüten also ich musste drei stück dafür aufmachen und dann noch die normale tüte damit sich dann dahinter das hier verborgen hat ist es nicht hübsch eigentlich müsste man jetzt die originale uzuki sehen damit man sie mit mir vergleichen kann aber die sieht man ja wenn dann überhaupt sowieso nur im gaming screen ich würde sagen da mein kopf aktuell so rede leer ist wir gehen ins spiel und dann fallen uns bestimmt die themen auch direkt ein oder nächste woche urlaub ich sehe das ich sehe das spüre mein hass nein natürlich nicht kein hass aber ganz ganz viel eifersucht wie geht es euch denn anders gefragt denn der kermit wirkt ja auch momentan mehr in arbeit versuchen also zumindest wird er immer so stellen demnach würde ich auch raten erst ganz ganz doll an arbeit versunken für postfahrer muss man bestimmten guten orientierungssinn haben würde ich schon mal ausfallen wir wollten beim letzten mal zum alchemisten der sich wie komme ich noch mal auf die karte hatte war nie du warst nicht karte hatte warst du ihres atelier können auch ich habe ja gesagt wir sind immer noch in diesem süßen kleinen kaffee sollte bestimmt irgendwas hallo im kleinen kuh kaff ja wir hatten ja so ein paar arbeiten aufgaben mein sein konkurrent oder so war aber ist nicht bei der post direkt sondern bei der konkurrenz von der post wenn man mit hand klingt das gerade eher wie wie irgendwas zum futtern irgendeine süßigkeit oh ja krokant jetzt habe ich hunger ich will eine pizza ok dann kriege ich nämlich auch ich weiß piece of cake bedeutet nicht dass es ein stück vom kuchen ist sondern eine einfache aufgabe war aber das macht mir jetzt schuldigung oh stefan und hallo nio ok genau der der kuchen des friedens hast du denn auch einen schon von follow dog gelassen nio ich glaube ich habe mich gerade selbst umgebrochen stefan sag mal dein pizza service er soll mir auch eine pizza vorbeibringen einen wunderschönen guten abend auch dir stefan ich habe gerade in den getränkespawner unterm tisch wieder mal aktivieren müssen ich glaube er hat ein paar mal das examen vermasselt so wie es klingt von ihm wollen wenn wir unser ding uns haben oh ja wenn man schafft mehrere sachen auf einmal zu wirklich auch hinzukriegen und zu managen das ist wirklich sehr bewundernswert so 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 Big Trouble klingt nicht gut. Hat er uns nicht gerade noch erzählt, dass er oftmals Fehler macht? Vielleicht können wir die Windmülle besser reparieren als er. Ach so kann ich. Was sind denn die Shiki Emotes überhaupt? Was ist Shiki? Ich habe heute Nachtmorgen. Ah. Esker. Also Idlemars Esker. So, erst. Out of order again. Oder Drs. F.K. Machen wir erst mal alle. Ach, die haben sogar verschiedene Farben dann. Cool. Ich muss den Hauen zur Legung. Er hat nämlich mal wieder Haui gemacht. So, er hat mit Tamaki auf Auron High School Host Club gespielt. So bin ich doch gar kein Haus. Warum? 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 So, er ist ihm nicht mir. So, er ist ihm nicht mir. So, er ist nicht zu klingen. So, er ist nicht zu klingen. Und? Er ist mit Steinen. Und du wirst mit Steinen, André. Er auf dich? Weh. Auf mich. Nein. Er ist auf meiner Seite. Er hat bei mir. Ich habe bei ihm Steine. Niemand mag ihn. Das erste Emote, was wir kriegen, wird sowieso unser Waffelherz sein. Sonst kündige ich. Warum arbeite ich dann hier? Nein. Nein, hier dann. Wenn wir kein Waffelherz haben. Übrigens, ich weiß, dass man das nicht macht. Aber, weil wir in dem Spiel drin sind und ich in dem Chat lurken sehe. Puni, 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 Puni. Entschuldigung. Hallo Papa Frank. Was? Vielleicht treffen wir auch wieder einen Puni. Er reagiert. Hallo Puni. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig mitbekommen habe. Habe gesagt, denk dir einfach. Denk dir einfach was. Entschuldigung, mir hängt gerade. Mir hängt gerade das Stäbchen im Hals. Ich war mir zu gierig. Sorry. Gucken, ob ich Doctor of course machen kann. Das wäre da hinten. Kann ich hier drüber springen? Ja, okay. Hier ist das grüne Etwas, aber ich habe hier keinen Trigger. Wofür bräuchte ich einen Banquart? Wahrscheinlich, weil ich das Zeug nicht habe, triggert es wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir jetzt erstmal nach der anderen Quest. Eine wunderschöne gute Nacht, Ragnoran. Schlaf gut. Nein. Ragnoran. Was dann? Bestimmt, weil Dunkel ist, oder? Oh, Blümchen. Dann gehe ich auch mal in mein Atelier. Dieser Regen. Jetzt wäre es ohne Regen nicht frustrierend genug manchmal. Jetzt gucke ich mir die Quests nochmal genau an. Hier sind wir sowieso in einem anderen Gebiet. Yellow Flower. Okay. Ich glaube nicht, dass ich die acht... Okay. Let's think. Okay. Ich muss die Leute in der Gegend dazu befragen. Ich brauche acht gelbe Blümchen, ne? Genau. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Verabscheue dich auch, Stefan. Aber einen guten Hunger und eine gute Nacht. Damit ihr wisst, warum ich Stefan verabscheue. Er sagte gerade, er verabscheut sich für heute. Hinten sind noch Menschen. Zunächst blaue Blümchen und keine gelben hier. Ah, da sind gelbe Blümchen mit dabei. Das ist gut. Oh, wir haben eine neue Quest wieder gefunden. Können wir bestimmt auch bald merken, wie ich hüpfe. Nichts gebracht? Oh, hüpfen. Nicht Menü, hüpfen. Nicht? Ich habe die ganze Zeit Panik, dass ich zu viel rumrenne und meine Stamina dadurch verliere. Nein. Und da... Making Windmill 1 update. Aber hier können wir, glaube ich, auch gucken, was, oder? Nee. Dann muss ich doch ins Menü. Normale Menü rein, um zu gucken. Festbuch. Was ist denn das Fluffy? Rabbitfuhr. Okay, das heißt, da muss ich wahrscheinlich Hasen töten. Äh, das hier. Okay, Dions Atelier könnte Hinweise haben, sagt es auch noch. Kommen wir jetzt rein? Okay, da kommen wir jetzt wieder rein. Habe ich jetzt, äh... Okay, ich habe ein neues Rezept. Weißt du, ich muss jetzt wahrscheinlich... Genau. Muss ich das herstellen auch, was ich gerade gefunden habe. Ich brauche noch gelbe Blümchen. Gebt mir gelbe Blümchen. Und Hasen. Da wird kein Blümchen wahrscheinlich drin sein. Nur Nüsse. Genau. Da könnten jetzt Blümchen sein. Ach ja, stimmt. Das Spiel hat mir auch mal gesagt, zu verschiedenen Tageszeiten wachsen so Sachen, ne? So ein blaues Blümchen. Oh, rote Blümchen. Ich... Also, Papa, da bedanke ich mich. Das fasse ich jetzt mal als Kompliment auf. Chris auch. Hö, Mann. Oh, wieder was Neues gelernt. Ach nee, das war das Teil jetzt, das war, ne? Gelernt haben. Bei meinem Glück... Ah nee, kann ich herstellen. Noch ein paar Sachen eigentlich. Ich... Machen wir jetzt erst mal das. Muss jetzt nicht so hoher Qualität sein, oder? Gott, wie viel hier offen brauche ich? Moment, Moment, Moment. Zurück. Nein, nein. Doch, das kann ich nehmen. Butter Spirits dann. So, gucken wir mal, ob wir das... Das jetzt irgendwie hinkriegen. Wir gehen so nach unten einmal. Ach nee, Quatsch. Hier muss ich gucken. Nichts, was nach oben. Nichts, was nach oben. Ach, das ist dann vielleicht eher Sinn, das hier auszufüllen. Ich gehe dann aus drei, dann habe ich das vollgefüllt. Okay, jetzt wird's schwierig. Denken kann ich die noch nicht, ne? Nee. Okay. Nicht so, wie ich's mir wünsche, aber wir haben was hingekriegt. Ach, die könnten wir auch mehrmals herstellen. Dann, sollten wir gleich unsere erste, bestimmt unsere erste Unterschrift gleich haben. Hoffe ich. Komm, der ist doch nicht wach um die Uhrzeit. Sagt mir doch gleich wieder geschlossen. Genau. Nicht von hier aus. Nee, ich kann jetzt nur gucken, was ich im Basket. Ne? Das verwirrt mich nämlich noch. Ich weiß nicht, wie ich die Sachen ich abgeben muss, wenn ich sie einmal ins Zelt gebracht habe, behalte. Also, oder abgeben kann. Jetzt haben wir natürlich wieder Tag. Danke, Spiel. Genau, jetzt kann ich nämlich wieder auf den Trainer zugreifen. Ich sag nur, müssten wir doch das... Hier, Laufler. Haben wir 18 Stück von. Ich geh jetzt mal einfach wieder zu den Kühen. Ich verstehe halt nicht, wo ich das jetzt gerade abgeben muss, wenn hier doch der Trigger ist. Vielleicht hier im Haus? Ne, da ist... Das war ja die mit den Rabbit-Fingern. Was sind die... Ach, da steht jetzt jemand. Wahrscheinlich tagesabhängig, ne? Ah, jetzt hab ich... Die gelben Blumen. Sind aber auch alle allgemein derer. Entschuldigung. Aber was ist heute mit mir los? Mir so leid. Nur mal aus reinem Neugier. Ob ich die Häschenfälle so vielleicht sogar schon hab? Ach, tatsächlich. Ich bin jetzt... Dieses Spiel trollt mich, ne? Jetzt sprechen sie sofort schon Lunchtime. Hat irgendjemand noch von euch Hunger? Okay, wir sind jetzt ins Atelier gelaufen, um jetzt wieder zur Windmühle zurückzulaufen. Und auch eine Pizza. Pizza kann auch gesund sein. Neblig, oder? Zumindest tut es mich hier nicht grillen in dem Spiel. Wie in anderen Spielen, wenn es gewittert. Ach! Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich da hochklicken muss noch. Ich habe die schlechtesten Materialien genommen. Ich bezweifle, dass es besser ist, als seines, was er gemacht hat. Ich bezweifle, dass sie überhaupt ein Metall anhat. Aber ja, das hilft. Einfach alles aus Metall ausziehen. Habe ich festgestellt. Gestern. Vorgestern, meine ich. Natürlich. Meine Tage existieren nicht mehr in einer Reihenfolge mittlerweile. Zweifel einfach alles ausziehen. Wird man auf keinen Fall mehr getroffen. Man könnte Blicke auf sich ziehen, aber getroffen wird man dann nicht mehr. Zumindest nicht von Blitzen. Und die Kleidung wird nicht nass, wenn es regnet. Ich habe meine Unterschrift. Wird doch nass im Regen. Ich glaube nicht, dass die anderen Sachen genauso einfach zu kriegen sind. Habt ihr schon von Deutsch gehört? Ich übrigens noch nie. Deswegen sind meine Sätze auch so verquer. Ich kann es ja mal probieren, ob es das dann macht. Die gute Ariana. A-Ara-Nia. So, jetzt habe ich es aber mit dem Namen. Oh Gott, ich gehe wieder. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Liana ist gerade nicht im Bild, starr. Jetzt ist sie im Bogen. Okay, bei dir könnte sie im Bild gewesen sein. Aber ja, sie ist... Verdammt, ich habe mich schon wieder vergessen, den Vierisszopf zu machen. Ihr müsst mich nächsten Mittwoch daran erinnern, dass ich mir mein Vierisszöpfchen mache. Oh, eine Trä... Trophäe. Ich wollte schon sagen, eine Träne. Ich gehe... Ich gehe wieder. Ich halte das nicht mehr auf. So, wie konnte ich eigentlich nochmal reisen? Ah, hier komme ich auf die Welt. Okay, super. Hier war ja entsprechend... Returning a favor. Wie kann ich mich dahin porten? Zum letzten Mal haben wir es doch hingekriegt, oder? Dann kriege ich es doch bestimmt jetzt auch wieder hin, mich dahin zu porten. Ich bin gerade zu blöd, Leute. Weltkarte. Select. Aber ich habe hier die ganzen Port-Dinger nicht. Wahrscheinlich? Wahrscheinlich? Muss ich mich erstmal... Muss ich mich wirklich von Pünktchen zu Pünktchen wahrscheinlich porten, ne? Oh Gott. Oh Gott. Blauer Hacker. Das ist mal Leck. Neichen. Hallo, Supersnest.de! Mit Kämpfer, ja. Ich muss wahrscheinlich zu dem hier, würde ich sagen. Move. Jetzt haben wir wieder Nacht. Kann ich da wirklich nicht von hier aus hin reisen? Das ist traurig. Ich hatte gehofft, ich kann da hin. So einfach. Die Richtung muss doch richtig sein, oder? Hier. Hier lang. Das leuchtet grad so schön alles. Oh, Öl. Nicht in der richtigen Richtung. Nein. Ich bin nicht in der richtigen Richtung. Naja, wir sehen ja sowieso allgemein gar keine Bilder bei uns und so. Irgendwann laufe ich in die richtige Richtung, da bin ich mir ganz sicher. Hier. Vielleicht bin ich auch bis dahin K.O. Ich weiß es nicht. Wer ist da? Wer will bestimmt irgendwas? Der bringt mir bei, wie man Heu macht. Was ist die F? Let's bring red, read, read to it. Haben wir hier das Atelier, dass ich's triggern kann noch? Oh. Pekse. Was ist der blaue Punkt eigentlich? Würde mich jetzt noch interessieren, auch wenn ich da nicht in die Richtung laufe, wo ich will. Ich würde jetzt raten, einen Händler. Gibt es das hier? Oh, tatsächlich einen Händler. Oh, wie toll. Sehe ich irgendwo, wie viele ich habe damals? Nee. Schade. Ach, er hat nur zwei. Das ist nicht zufällig, das, was ich dem anderen geben sollte, oder? Wenn ich ihn wiederfinde. Da. Das rote. Genau, da fehlt mir jetzt noch. Ich muss ja bei den Jus Sachen sein. Oh, kann ich vom Level her noch... Nee, nicht genug Materialien. Ich brauche Honig dafür. Konnte ich Honig bei dem Händler kaufen? Oh, Händler-Chan ist weg. Händler-Chan. So viel zu meinem Händler. Wir finden den Honig schon. Vorausgesetzt, ich laufe in die richtige Richtung. Irgendwann kriege ich das bestimmt hin. Ach, das ist kein Stein, den ich in die Luft sprengen kann. So? Ich ja. Ja, jetzt laufe ich richtig. Ich finde das immer noch sehr traurig, dass ich mich gar nicht zu den anderen Gebieten porten kann. Vielleicht kriege ich das später noch freigeschaltet. Wir sind ja noch jung. Oh, bin ich jetzt doch wieder falsch gelaufen? Oh, bin ich jetzt doch wieder falsch gelaufen? Ah, okay, doch, bin richtig. Ich bin jetzt hier zurück gelaufen. Ja, es sagt mir jetzt, ich soll bei dem Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten-Karten. benutzen, damit ich auf jeden Fall meinen Weg einfacher finde. Was ich ja eigentlich gerade gemacht habe und es trotzdem verpeilt habe. Ich wollte ja... Hat es mich jetzt nicht in das andere Gebiet. Genau, hier wollte ich hin. Turning a favor, das heißt, ich muss zu dem Campfire. after a favor, das ist aber nicht hier ja. Der ist aber nicht da während dem비 maps força. Sammeln wir gerade noch ein paar, zwei, drei Sachen ein. Ob das wieder Tag ist, würde ich sagen. Ah doch, er ist da. Für ihn habe ich die aufgehoben. Ich frage mich immer noch, wo ich den Honig her bekomme. Wir hatten ja noch eine zweite Quest hier, ne? Questbook. Ähm, Karte. Flowers Blooming, genau. Da haben wir jetzt auch wieder einen Reisepunkt hin. Und zwar dieses Campfire, würde ich sagen. Kermit und sein Bendfinger. Okay, es hat geupdatet worden. Gucken wir mal gleich. Erstmal das Puni versorgen. Gibt es nicht für alles Gruppen? Was sagten die Quests eigentlich jetzt? Okay, zuerst das Puni. Ja, der Puni, der ist unser Special Guest. Jedes Mal, wenn wir Atelier spielen. Auch wenn der Puni heißt, du nicht Punk. Ja, neues Spiel, mehr oder weniger. Wir haben es letzte Woche schon gespielt. Und vorletzte Woche auch schon. Aber neu. Also es ist auch relativ neu rausgekommen. Deswegen verklicke ich mich auch momentan wieder mit den Tasten die ganze Zeit. Das ist das Übliche eigentlich, weil ich immer anders gewohnt bin zu spielen. Okay, jetzt müssen wir irgendein... Ein Heilmittelchen oder irgendwas hierher bringen. Ich will immer noch Honig haben. Kann ich die Kristalle in die Luft sprengen? Oh ja. Und ich habe wieder ein neues Rezept gelernt. Kleiner Tipp-PC, bis ihr das... Drück einfach den ersten Buchstaben und an die Tab-Taste. Stern, du magst das, ne? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was nach 335 Tagen ist. Aber ich will es, glaube ich, nicht wirklich rausfinden. Deswegen geben wir uns einfach ganz viel Mühe, dass nichts Böses passiert. Es wird garantiert aber sowieso was passieren, weil ich kenne mich. Ich will alles Mögliche wieder mal machen. Was wahrscheinlich vollkommen nach hinten losgeht. Und ich am Ende in die Röhre schaue. Der hier ist am besten. Und dann nehme ich noch den hier. Ach, Wasser brauchen wir auch noch. Sternchen, vielleicht, vielleicht bist du verflogen. Qualität oder Größe? Wo wir hier weiterkommen? Das hier setzt ich mal noch ein. Boah. Boah. Blöd. Vielen Dank an Ranma für den Haust. Er hat uns wieder viel zu lieb. Mach ich mir das hier kaputt. Wir haben auf jeden Fall inflected. Weak. Und weak to changes. Lila haben wir leider nicht geschafft, dass es da was tut. Aber wir sind ja auch noch eine kleine, kleine schwache Alchemistin. Glastzula, Sklastzula. Da könnten wir jetzt mal eine herstellen von. Dann haben wir noch was gelbes. Das und da, die sind alle hohe. Dann nehmen wir hier das gelbe. Jetzt haben wir irgendwas schönes hohes mit einem gelben Wert. Äh, Sord. Drei. Referents? Genau. Nur wie ich hier... Nee. Oh, 37 ist 35er. Das ist, glaube ich, das höchste, was wir haben. Oh. Das sind alle so ganz verquere Dinge. Das hat sich auch irgendwo unterbringt? Ja. Leider nicht das, was ich wollte. Aber wir haben es ja bestellt. Genau, ist für die Playstation 4. Gibt's aber, glaube ich, auch für den PC. Ich glaube, die muss ich dann wahrscheinlich speziell auch mitnehmen, oder? Ah, okay. Ich kann... Ich kann da jederzeit rum und umhüpfen. Das ist gut zu wissen. Oh, neues Rezept. Tatsächlich. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen Alchemie. Damit wir da auch wieder ein bisschen weiterkommen. Ich denke schon gelernt, wie man Honig macht. Nee, ne? Ich bräuchte jetzt mal Holz ein bisschen. Okay. Ich versuche gerade rauszufinden, wie ich am sinnvollsten mir die dort nach der Farbe sortieren kann. Nicht, das hier immer noch am besten. Und dann... Filter. Color. Ich sage jetzt mal Blue. Refliet-Setting. Genau, dann zeigt es mir nur alle an mit einem Blauwert. Hier bräuchte ich jetzt aber was Grünes, gell? Nee. Aber Grün... Grün habe ich ja gar nicht drin gehabt in der Auswahl, oder? Color? Nee. Mache ich mir auch Spaß an der Freude gelb rein. Refliet-Setting? Ah, hier haben wir jetzt Grün, ne? Alle gleich, ne? Genau. Machen wir. Nehmen wir doch das. Nehmen wir eins mit. Dann muss ich gucken, dass ich die Grünen hier auf jeden Fall unterkriege. Gelbe muss... Gelbe muss hier hin. Ein bisschen schräg ist. Genau, ich kann nicht hier einsetzen, dann habe ich auch beide ausgefüllt. Es gibt einige Vorgänger. Ich glaube aber nicht, dass es alle bei Steam davon gibt. Bin mir aber nicht sicher. Also ich könnte es jetzt nicht versprechen. Es gibt ja auch nicht alle Teile auf... Es gibt nur Fieris und Sophie. Okay. Und davor gibt es ja noch einige andere Teile. Also... Fieris ist der... Also ich sag jetzt mal, der offizielle... Achte Teil, den es jetzt aktuell gibt, für die normalen Konsolen. Und Fieris ist der Nachfolger der Sophie-Reihe. Gelb. Nochmal gelb. Hier irgendwo einen schönen Hund blau wert. Nehmen wir das 20er blau, ne? Nehmen wir noch irgendwas gelbes? Oder? Schade. Kein... Kein gelb wert mehr. Dann poweren wir das Blau doch noch ein bisschen hoch. Nehmen wir Wasser noch dazu noch mal. Gut, da hätte ich jetzt aufpassen müssen. Aber machen wir mal ohne Katalysator. Da sind beide so, ne? Dann erreiche ich wieder nicht Kompletter Ding. Genau, damit tue ich ja die ganzen Nitralizer auch mit aufleveln. Skill zu low, skill zu low. Nee, Honig haben wir noch nicht gelernt, wie man es macht. Aber da würde ich mir jetzt auch mal erlauben, ins Rezeptbuch zu schauen. Und mal gucken, ob irgendwas davon die Form von Honig hat. Und vielleicht rausfinden, was ich dafür tun muss. Könnte das Honig sein? Das glaube ich kein... Aber es könnte Honig sein. Das heißt aber, ich müsste Punis noch ein bisschen ärgern gehen. Ach ne. Von zu Beehive. Okay, mehr Beehive sammeln. Wo habe ich denn die... 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 Dinger gefunden? Enzyklopier. Item. Material. Ja, ja. Die sind... Wo sind denn die? Buff Hills. Wieso willst du jemanden steinigen? Das ist doch gemein. Buff Hills. Ah, ja. Da war es Blumen. Aber ich habe noch kein Ding ins Gewalt, ich war erst gelernt. Das heißt, ich gehe jetzt wieder... Hier hinten hin, ne? Da. Buff. Da sind Punis. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch ein paar davon ein bisschen quälen. Ich renne wieder in die falsche Richtung, ne? Gut gemacht. Mach ich hier das mal gut mit der Richtung. Hast du was für mich? Ach ne, der war... Ich habe wirklich wieder die No-Dog-Quest bekommen. Ich habe auch nicht erwartet, dass er schon wieder das No-Dog will. Ich habe auch noch keine drücken. Hä? Ich habe auch einen Daumen. Ach. Ich habe auch einen Daumen. Ich habe auch den Daumen. Kriege ich eigentlich vom Baumschlagen Holz? Moment, hiermit kann ich doch. Siehst du auch eigentlich, ich kann mit denen, dass das Item wechselt? Aber wahrscheinlich habe ich es nicht in der Tasche, ne? Wip. Ja stimmt, wenn ich hier bin, kann ich es natürlich. Oh Gott, einen Flower Garden hatte ich, glaube ich, in Honig gekriegt. Kann das sein? Ne, okay, hier sind wahrscheinlich nur die Blümchen. Wo könnte ich den, den... Ich muss nochmal in den Zyklopidia gucken. Entschuldigung. Items. Material. Tonik. Ach, Fuff Hills. Wo sind denn die Fuff Hills? Dass ich die Karte halt auch gerade nicht näher sehe. Oder war es doch das andere Gebiet gerade? Fuff Hills. Hier ist richtig. Hier wohnt mein Haus. Ich muss nur die Dinger finden. Wo, wo, wo wäre ich, wenn ich ein, wenn ich ein Bienenstock wäre. Schau mal nicht an einem Baum. Oh, ein neues Rezept hier denn? Bienenhonig. Okay, das sind Dinger, die unten am Baum liegen. Dann seid ihr bestimmt... Ne, ihr seid Blumen. Dann bist du Bienenhonig. Ne, du bist auch nur ein... Nur eine Frucht. Niet Bienenhonig. Niet ganz dringend Bienenhonig. Das Öl. Michi kommt bald nach Hause. Das ist schön. Danke, Schwerti. Oh, ein Ei. Ach, das war jetzt nur in der Nacht da? Ich habe mich danach direkt verschwunden. Okay, wir kriegen gerade wieder ein paar Rezepte rein. Das ist natürlich was Gutes. Ich sollte auch mal wieder gucken, dass ich irgendwann weiterkomme, glaube ich. Jetzt mal den Weg runter, in der Hoffnung, ist mir nochmal irgendwo Honig in der... Ansonsten sollte ich mich wahrscheinlich mal wieder porten. Oh, was für ein Konzert ist denn die Maggie? Du verlässt mich wieder, Kermit. Ja, ich weiß, ich bin immer viel zu spät aktuell dran. Es wird mir so leid. Wie sich halt in einem... In einem Blümchen der Bienenhonig versteckt. Allgemein in Blümchen unterm Baum. Was 60 Euro im Store. Ach, Chris, cool. Jetzt beneide ich die Maggie ein bisschen. Keine Ahnung, was das Spiel aktuell kostet. Haben wir da noch Anime-Dest? Dann könnte es vielleicht sogar ein bisschen günstiger sein. Hier sind rum, die Anime-Dest. Ja, kostet bei Steam 60 Euro. PSN müsste es etwa dasselbe normalerweise kosten. Ich sollte wieder weiterlaufen. Ich habe nur Angst, dass wenn ich nicht weit genug laufe, dass entsprechend meine Skills zu schlecht sind. Okay, der hat sich wirklich aufs Wochenende beschränkt. Schade. Manchmal vergessen sie ja sowas auch rauszunehmen. Zumindest bei anderen Sachen, wo sie es anbieten. Muss das mal rauszunehmen? Ich hier irgendwie... Ja, okay. Das waren wohl meine 16 Punis. Und dann porte ich mich jetzt mal... ...gan spontan... ...da in die Nähe hin. Also auch für Playstation kostet das rund 60 Euro. Schönen Abend dir noch, Schwerti. Oh, drei Verschiene. Das freut mich doch, wenn ich neue Rezepte lerne. So, jetzt kann ich Honig machen. Wenn ich den Honig dann machen konnte... ...kann ich den Kuchen machen. Und ich bin mal so dreist und mache so weiter in schlechter Qualität. Oh, äh. Da hatten wir ganz viele. Ja, nein. Einen Kuchen brauche ich dann noch? Ich nehme jetzt gerade mal nicht groß Synthesizer und so, äh, so Synthese-Zeug großartig mit dazu. Weil ich das ja eh einfach nur verschleudere. Niemanden. Deswegen gebe ich mir da auch nicht ganz so viel Mühe. So, und dann... ...da oben. Hoffentlich steht er immer noch da. Ne, mit Nacht ist steht er nicht. Moment, hinterm Haus. Da. Steht doch noch da, Gott sei Dank. Stimmt, und jetzt habe ich... ...dingens gelernt. Seid ihr Honig? Normalerweise war er... Oh. Das Zeug hatte ich aber auch bisher noch nicht gefunden. Nüsse sind, glaube ich, auch neu. Oh, Honig ist immer gut. Gucke ich mal, dass ich aber mal wirklich vorwärtskomme. Wo könnte es denn weitergehen? Das stimmt bei dem Kämpfer ja hier oben, dass es weitergehen kann. Hier ist auf jeden Fall eine Straße. Habe ich jetzt eigentlich irgendwelche Questen hier groß ausgelassen? Ne. Gut, wahrscheinlich, weil ich mit Menschen nicht gesprochen habe, könnten es sein, dass mir ein paar Questen fehlen. Aber das nehme ich jetzt mal spontan in Kauf. Ne, das ist wieder so eine Frucht. Da hinten wäre wahrscheinlich noch was. Hörter und da ist das Weg. Ich gehe mal den Weg entlang. Wahrscheinlich, die kann ich die Questen auch später noch nachholen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Wenn ich merke, reicht nicht ganz so. Wenn ich ja gemerkt habe, dass das Reisen doch ein bisschen schwieriger ist. Joach, Regen mal wieder. Wir hatten jetzt schon Nebel und wir hatten Regen, richtig? Und Gewitter. Oder Gewitter mit Regen. Immer vor, er hat ja schon mal im Dorf getroffen gehabt, das Mädel. Ja, auch eine kleine Alchemistin. Ich finde das immer so köstlich in dem Spiel. Diese deutschen Namen. Just call me Ill. Um ganz ehrlich zu sein, leider noch nicht in den DLC gezockt bisher. Ich habe aktuell so wenig Zeit und wenn ich mal daheim bin, bin ich einfach noch glücklich, wenn ich mich durch die Gegend rollen kann. Ja, aber mit Doppel-L. Sie schreibt sich nur mit einem L-Desk an. Mit Doppel-L wäre es die Krankheit. Ich habe schon mit Doppel-L. Ich baue mein Atelier auf. Kleinen Moment. Ist immer doch so glorreich mit diesem Zelt. Oh, kann sie vielleicht Stäbe herstellen? Wird mich ja freuen, wenn sie mit uns reist. Irgendwie werde ich mit Bomben beschmissen auch. Der andere hat uns vorher Bomben gegeben. Sie gibt uns jetzt Bomben. Genau, und ich rühre weiter in meinem Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Oh, wäre schön, wenn es so einen gibt. Das wäre schön, wenn es so einen gibt. Oder einen, der einen ein bisschen stressresistenter macht. Einigen Bomben. Wenn wir auch schon hier in dem Gebiet sind, probieren wir doch die Bombe direkt mal aus. Wenn wir sind in einem neuen Gebiet, da gibt es bestimmt neue Sachen zum sammeln. Ach nee, ich will jetzt nicht mit dem Pilz spielen. Da ist aber ein Mensch. Oh, eine große Blume. Bin ich gerade irgendwo einen Menschen gesehen? Eine Bombeere. Zumindest ist das für mich eine Bombeere gewesen. Ach, das Spiel ist liebevoll zu einem eigentlich. Man kann sich eigentlich aussuchen, ob man kämpfen möchte oder nicht. Meistens. Betone, meistens. Level 10. Was habe ich eigentlich an Level? Mir fällt gerade erst auf. Stone Shot. Ich glaube, Liane ist wirklich das Richtige für unseren kleinen Stern, wenn sie schon mit Steinen durch die Gegend schießt. Ach, das ist ja gerade. Doch, das ist Liane, oder? Was ist das, Fieris? Okay, das ist Fieris. Dann wirft wohl doch Fieris mit Steinen durch die Gegend. Hier kriege ich ja beide mit. Und treffe sie später nochmal, die Viecher. Oh, nur drei HP, wenn ich normal angreife. Das ist hart. Ich glaube, ich sollte ganz dringend First Aid einsetzen. Sei nicht so knausrig, Sternchen. Dann war das nicht der Skill, wie ich ein... Aua! Das finde ich jetzt aber nicht so nüt. Dann werfen wir jetzt eine Bombe. Ich hatte für einen Moment ein bisschen Angst, ich sterbe. Oh, eine Schatztruhe. So, jetzt brauche ich aber ganz dringend ein Atelier. Habe ich schon auf der Karte eins? Nee. Doch, ein Atelier. Schön, dass wir in meiner Sequenz so einfach ein Atelier aufgebaut haben, aber ich jetzt keines finde. Wahrscheinlich eigentlich in die falsche Richtung. Ach ja, das waren noch Zeiten, als Pan zugeguckt hat auch. Vermiss ihn ein bisschen. Hier ist eine Sackgasse. Er würde Fieris bestimmt auch mögen mit den ganzen Bomben, die ich geschenkt bekomme. Es gab doch nochmal eine andere Richtung. Verdammt. Egal, ich laufe jetzt hier erstmal weiter. Und eine Sequenz für uns. Ah, sie will es dekorieren. Wie niedlich. Atelier-Making. Oh. Gucken wir uns doch gleich mal Atelier-Making an, oder? Oh Gott, ich kann selber Sachen aufstellen, oder was? Oh mein Gott, ich muss die auch noch selber herstellen, oder wie? Das ist der Zeitpunkt, wo das Spiel anfängt, mir Angst zu machen. Was ist eigentlich mit den anderen Räumen? Kann ich zu denen auch? Nee, ne? Kann ich den nur anders hinstellen? Ist die andere Frage. Kann man nicht, oder? Ich könnte Bomben auch in die Gegend rumstellen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das so effektiv ist. Ich stelle einfach mal die Bombe hier hin. Ich habe eine Trophäe dafür erhalten. Das ist doch schon mal gut. Genau, Tamara Lex. Miraculix war gestern, heute. Hier steht die Bombe jetzt auch rum. Ich würde gerne in den Räumen auch was verändern. Hier können wir halt noch nichts machen. Wahrscheinlich später im Laufe des Spiels. Kann ich den die dann auch wieder wegnehmen? Put the way. Okay. Strange page? Nee. Er ist ja nur lieb von der Bombe. Okay, dann bleiben die da wahrscheinlich wirklich fest. Heißbombe. Nicht herstellen. Boni-Jelly stelle ich mal her. Hier versuche ich gerade, welche, die sich anständig aufreihen lassen. Wo ich das hinkriege? Eins davon. Wenn ich das mit dem Mittelding einfacher. Ich nehme jetzt mal das hier. Ich gebe mir mal das Mühe, die anständig aufzustellen. Hierfür nehmen. Gehen wir dann hierfür. Das kann ich sinnlos in den Weltall streuen. Ein Puni-Jelly. Ach, Cookies tun sich damit auch gleichzeitig aufleveln. War schon mal hergestellt? Geht mir Zeug. Ich finde den Holzbrauch. Den haben wir noch nie hergestellt. Das lassen wir jetzt so. Blauer oder... Nehmen wir mal den General. Hm, ich glaube nicht, dass ich das mit dem Zeug gefüllt kriege. Habe ich befürchtet. Aber egal. Warum hast du einen Herzinfarkt bekommen, Death Gun? War schon mal hergestellt? Oh, die haben wir noch nie hergestellt. Und da können wir jetzt grün noch ein bisschen auffüllen. Das sollte doch bestimmt klappen, wenn ich den Spinat nehme, oder? Mit viel Glück mache ich es mir jetzt nicht kaputt. Okay, vielleicht mache ich es mir doch kaputt. Ja, Rauchmelder fangen an, äh, Krach zu machen, wenn der Batterie leer ist. Habe ich auch schon festgestellt. Und eine wunderschöne gute Nacht, Kermit. Schlaf schön. Denk an uns im Bettchen. Und dann jetzt ab ins Bettchen mit dir. Ist das Gil zu low? Oh. Oh, den können wir den etwa herstellen? Dann muss ich mal wohl ein bisschen Metall herstellen. Grün und blau, ne? Wollen wir jetzt noch grün oder blau? Nehmen wir die Zettel mal. Ach, das lässt sich jetzt auch gerade niedlich machen. Da kriege ich es nicht rein. Aber, nein, kriege ich zumindest unter. Melz easily. Ah, da ist sie wieder. Yoho. Ich mag das Yoho. Das ist fast wie das Oi. Ich hab dein Zelt gerade so rumstehen sehen. Wir brauchen noch einen schönen großen Tisch hier drin, oder? Die große Schwester. Stimmt, die zwei sind eigentlich ziemlich unterschiedlich. Ich glaube, hier haben wir schon den ersten Kandidaten für Elmeria. Sternchen hat ja Liane für sich beantragt. Und Kermit und Chris haben ja die kleine Fieris für sich beantragt. Ich muss leider mich auch für Fieris bisher entscheiden. Irgendwie beleidigt sie gerade total, die kleine Fieris, die Elmeria. Für dich gibt's bestimmt auch noch ein ganz niedliches Mädchen, Papa. Wir finden die. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Im Zweifel kriegst du so viel. Ich glaube nicht, dass Fieris noch so viel wachsen wird. Rezepthinweise sind geupdatet? Mal gucken. Ich resten muss? Ein bisschen sollte ich. Ihr müsst halt anmerken, wenn das niedlichste Mädchen für euch kommt. Hast du mir denn eine Rezeptsidee? Okay. Schauen wir mal. Wir sind hier. Wir kommen von... von da. so viele Richtungen, die ich jetzt gehen kann, ne? Genau. Wir kommen von... von fernab des Hauses. Oh. Die Dinge kann ich kaputt machen. Gut zu wissen, dass ich die Küsten... Das ist halt so schlimm, man muss ja im Spiel halt auf so viel achten. Man muss das Alchemy-Level betätscheln. Man muss die... die... die Kampf-Level betätscheln. Da muss man die Freundschaften von den Leuten noch aufrechterhalten. Ich glaube, der Stern... der will damit ausdrücken... Er schreibt gerade im Chat, dass sein Arbeitsvertrag von uns geändert werden muss. Ich habe so das Gefühl... Er will einen Tag frei haben, weil er denkt, wir haben jetzt einen Moderator mehr. Ach, die dürfen dann beide was machen. Okay. Dann ist Kombo heiß. Kombo. Kombo. Ah, verstehe. Okay, jetzt... jetzt verstehe ich den Kombo. Kann ich hier rein? Kann ich da rein? Was wäre sie? Seeking Unyu. Haben wir vielleicht sogar eins davon schon? Haben wir noch nicht. Liegt bestimmt irgendwo in der Nähe. Was ist das für ein Häschen da vorne? Wollen wir machen das Häschen mich nicht platt? Hat schon... Level 11 ist halt schon hart, ne? Find ich jetzt. Wir haben die Sekretärskatze. Wann ist das passiert? Ich muss ganz, ganz dringend gucken. Dass meine Charaktere besser werden. Oder meine Ausrüstung. Und jetzt wüsst du, wie das Unyu aussieht? Hinten haben wir eine Höhle. Spiels in coming. Oh, äh, ich kann angeln? Ach, schade. Ich hab kein Item zum Angeln. Aber anscheinend kann ich angeln. Wir haben mal wieder ein Spiel zum Angeln. Einen wunderschönen guten Abend verbittert. Habe ich jetzt gerade Unyu gefunden? Hast du Unyu? Ich hab Unyu! Königrit, soll ich in das Dungeon rein? Ich bin neugierig, was es mit dem Dungeon auf sich hat. Ne, Unyu hört sich nicht gesund an, aber scheint dafür zu sein, Leute gesund zu machen. Ach ja, stimmt. Dungeons. Sehe ich die Karte nicht. Das macht für mich Dungeons irgendwie immer unsympathisch, wenn ich die Karte nicht sehe. Aber so kriege ich ein bisschen neue Materialien, die ich sonst noch nicht hab. Ich muss nur aufpassen, ich sehe, dass Fieris halt wieder unter 50% hier liegt. Den Pilz ignoriere ich mal. Ich hab so ein bisschen Angst, mich wieder zu verirren, wie beim letzten Mal. Jetzt ja Gott sei Dank nur geradlinig. Okay, hier ist ein Ausgang, das macht mich neugierig. Also normalerweise bis 20.15 Uhr, das sei denn, ich sag so spontan. Joa, ich hab mehr Lust. Äh, 23.15 Uhr. Er rittet mich. Entschuldigung. Genau, das, was der Stern sagt, ist das Richtige. Alles andere würde ich jetzt, alle anderen Aussagen würde ich nicht mehr hören heute. Oh, dich kennen wir auch noch nicht. Dann tschüss. Warum er sie ist? Sie sieht nach einer Heilarin für mich aus. Hat sie sie gerade Onesan genannt? Äh, 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 äh? Werden das vielleicht was für den Papa, die Dame hier? Ich meine, der Ausschnitt sieht fast aus wie der von Ariana. Ariana. Ich hab den Namen bestimmt gleich wieder drin. Sie hat aber nicht so vertrauenswürdig zu sein wie sie. Annelies. Annelies. Annelies Exner. Jetzt geh ich mal da runter. Hoch. Ein Brief. Das Flussheim. Lang vielleicht? Ich hab schon ewig kein Atelier. Ach nee, sag nicht, es wird wieder Nebeldeck. Find ich jetzt nicht so lustig. Oh, wieder neue Gegenstände. Oh, der Nebel macht mir grad echt zu schaffen. Guck mal. Da vorne ist Flussheim. Hier irgendwo nach ganz unten müssen wir ja. Ist halt schade, dass ich nicht einfach sage, huh, aus versehentlich dorthin gereist. Oh, ich kann nicht mehr tragen. Dann wärs mal wieder Zeit für ein Atelier. Okay. Okay. Wahrscheinlich bin ich an einem durchgelaufen. weit Fock Forest. Willkommen zurück, Death Gun. Ach, wahrscheinlich ist es deshalb plötzlich so neblig geworden, weil ich eben zu dem Nebelwald... Ich habe gerade noch nicht gesehen. Ich bin so richtig. Ich glaube das war bei mir. Oh, genau. Das ist doch glücklich. Das war schließlich für die Winde, schöne Beine. Ich habe mich auch mit ihr gebt. Ich habe versucht, dass sie wieder damit gebt. Aber ich kann mich noch nicht hinfinden. Vielleicht ist es so gut. Schwierig sein, dass ich dich ganz drinnen. Ich bin so klein in die Mitforszen. Im Moment dachte ich, von der Rüstung her, es wäre die andere, aber irgendwie sind, ist der Vorbau größer nochmal als der von eben. Das bin ich gar nicht gewohnt aus den Atelier-Spielen. Drossel, natürlich auf den Nachnamen gespielt. Drossel Weisberg. Ja, das wird mir wahrscheinlich auch noch passieren, dass ich in die selbe Richtung wieder laufe. Da kommst du wahrscheinlich wieder vorbei. Ich glaube, sie verirrt sich leicht. Schönen guten Nacht, Papa. Vielleicht sollten wir eh das lieber sagen, dass sie nicht zu tief in den Wald gehen sollte. Und da kommt Drossel bestimmt wieder. Ich kann hell sehen. Sie sucht doch nur jemanden, mit dem sie reisen kann. Kommst du mal an eine Party? Ah, nächste Party. Wir sind zu dritt. Oh, und ich habe ein neues Rezept. Was ist das? Gehe ich in die Richtung. Lustigerweise ist der Foggy Wald gar nicht so froggig. Foggy. Ich bin ja schon unterwegs zum Zelt. Wir hängen hier noch auf gutem Weg zu Weisenberg? Flussberg? Ich weiß gerade nicht mehr. Sie besucht uns aber auch in letzter Zeit sehr oft. Willkommen, Yeru-chan. Was machst du? Ich verstehe. Warum? Ich bin ja schon. Ich bin ja schon unterwegs immer noch vor. Und da noch gar nicht. Ich bin ja schon unterwegs. Du hast es vecinks starke. Stimmt, die anderen wüsten ja gar nicht, dass sie erlaubt wurde, wenn sie das Examen schafft, dass sie dann so lange raus darf, wie sie möchte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch erst wieder dran gedacht. Dann habe ich die Vermutung, wenn wir innerhalb dieser 300 Schießmicht pro Tage nicht das Examen geschafft haben, dürfen wir nicht mehr raus. Oder nicht viel. Ich finde es gar nicht mehr gewohnt, dass man eine Zeitvorgabe im Atelier hat, weil sie es in den letzten Teilen immer rausgenommen hatten. Ich habe bestimmt keine Freunde, weil sie immer so tut, als wäre sie die Beste. Oh, das andere ist für den Wald, würde ich sagen. Level noch zu niedrig? Allian D? Level zu niedrig? Das kann ich ja immer. Machen wir der hoher Qualität. Grün brauche ich hauptsächlich. Grün, grün? Haben wir hier irgendwas Grünes? Nee. Dann hätte ich gerne ein kleines Lilanes. Ist das möglich? Das klingt aus, als würde ich Kleider suchen. Kleine Lilane, bitte. Und hier nochmal grün. Grün. Die großen hier. Das ist glaube ich am besten. Ach du, das kann nicht grün, sondern blau. Blöd. Das hier wird sich glaube ich... Was würde ich hier in der Ecke am besten machen? Hier? Was ist das? Kann ich das unauffällig da reinschieben? Gehe ich das unauffällig hier hin? Was kommt hier hin? Was habe ich hier hin? Was habe ich hier hin? Sieht doch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Und auch dir, Deskan, eine gute Nacht. Würde ich sagen, tue ich nach der Sequenz mich auch ins Bettchen verkrümeln. Und jetzt schauen wir erst mal. Genau, wir sind jetzt zu dritt. Wir sind nicht nur zu zweit. Ich weiß, im Kampf sind wir auch nicht mehr... Oh. Okay, Leute, die mehr weiter vorne sind, wird eher attackiert. Und dann mache ich das jetzt auch noch? So, Formation. Sie hat wesentlich mehr HP als... Wups. Willst du bitte wiederkommen? Äh. Wie mache ich sie denn nach vorne? Achso, sie kann ich nicht. Wieso kann ich sie nicht? Bin ich jetzt aber gemeint, dass ich sie nicht von der Seite... von dem Platz wegnehmen kann. So erzählt das als Front. Bin mir nicht sicher. Oh. Das... Ich fürchte... Ich mache mich jetzt auf den Weg in das rollige Bettchen. Das klingt falsch. Egal. Oh, oh. Changeback. Guckt mal, ich habe ganz viel Musik. Frostbett. Strong Amity Pick. Wie das? Das sind wohlgemerkt die ersten Teile. Atelier Mary. Atelier Ellie. Atelier Lily. Atelier Judy. We are right. Iris. Oh Gott. Corona kennen wir alle. Entschuldigung. Nein. Nein. Nicht werfen. Oh. Ich finde gerade sehr viel Liebe, Leute. Es sind Teile, die ich gar nicht kenne. Oh, ich... Äh, ja. Also ich habe sehr viel Hintergrundmusik runtergeladen. Ich bin gerade sehr begeistert, muss ich dazu sagen. Also sehr, sehr begeistert gerade. Oh, yeah. Ich, ich vergesse, dass ich in Usuki die Arme nicht so hoch strecken kann. Usuki is back. Oder überhaupt hier. Konnte niemandem einen Liebesbrief heute entgegenstrecken. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber ich habe auch noch keinen Liebesbrief vorbereitet. Muss ich geben. Beim nächsten Mal habe ich einen. So, vielen Dank. Wieder fürs Mit-Dabeisein auf jeden Fall von mir. Auch wenn es doch aktuell mal ein bisschen arg spät wird. Und... Wäre leid. Nächste Woche, ich verspreche euch, wird es wieder früher bei mir. Ich wünsche dann allen, die sich jetzt ins Bettchen kriechen, noch eine sehr, sehr gute Nacht. Schlaft gut. Und morgen ist Donnerstag. Genau, morgen ist Donnerstag. Da habt ihr zuerst den Jan. Ich glaube, der ist immer noch mit seinem Link beschäftigt. The Legend of Silver, A Link to the Past. Also, soweit ich weiß, stirbt er sich aktuell auch so ein bisschen durch die Gegend. Also, so wie ich oft. Und danach habt ihr unseren Flattermann wieder. Er ist ja auch schon ins Bett geflattert. Mit... Ja. Click Adventures. The Secret of Monkey Island. Also, er versucht immer noch Pirat zu werden. Aber da er ja ein Vogel ist, ist er ein Papagei. Nee. Nicht? Er ist ein Arra. Ach, er ist ein Arra. Bitte kein Witz, der kommt nämlich von Chris. Dann in dem Sinne gute Nacht, ihr Lieben. Bis Samstag. Tschüss.